hallo da ist wieder euer bruder mau hier rein sollten noch flemmlis reinkommen flemmlis die ich aus eiern bekommen kann habe ich herausgefunden heute werden noch einige kämpfe gemacht ein bisschen noch was am hausbau ein wenig weiter gearbeitet und vielleicht noch den zweiten stock ein bisschen überarbeitet und gemacht und wünsche euch nun viel spaß mit dem video open I fear the way is cut through me hypnotized by the sounds up breathing hold tight hold tight chemicals can I hold tight hold tight hold tight Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. 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 BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, äh, ich werde ganz kurz den Kreativmodus einmachen, weil ich will einige Eier holen, um mir, damit ich Flämlis kriege, sonst würde ich das nicht machen, aber ich schalte ganz schnell auf den Kreativmodus, um mir Eier zu holen. Und weiterhin, viel Spass, wie gesagt, man sieht Kämpfe, ich mache am Hausbau weiter, ja, viel Spass. Und weiterhin, viel Spass, wie gesagt, man sieht Kämpfe, ich mache am Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich werde mir ganz noch schnell, ganz schnell noch, äh, Balken holen. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen... Bocke-Kiste, Super-Kiste, Meister-Kiste. Was ist denn das? Alter, da gibt es so viele Sachen. Aber die will ich ja nicht. Sondern ich gehe jetzt auf die normale... Normale? Äh, ich will ja... Es ist Eichenholz, ne? Nur ganz schnell Eichenholzbretter machen. Weil ich brauche Eichenholzbretter, damit ich überhaupt ein bisschen weiter am Hausbau machen kann. Da brauche ich Eichenholzbretter. Bis ich die aber habe, geht relativ lange, ne? Das wisst ihr auch. Also, viele, die Minecraft spielen, wissen, es geht sehr lange, bis man überhaupt das Zeug hat. Ich werde auch noch ganz schnell mir Glas machen. Nur ganz schnell Glas. Weil ich brauche auf jeden Fall Glas für Fenster und so, aber... Das sollte ja eigentlich nicht lange gehen. Ähm... Eigentlich sollten die Glasscheiben ja da sein. Hier in der Nähe. Glasscheibe. Ich brauche aber Glasblöcke, ne? Die Glasblöcke, die sind mir wichtiger als irgendeine Scheibe. Wenn ich die aber nicht finde, dann werde ich halt einfach ganz normal, ähm... Die mir machen müssen. Und sieht so aus, als müsste ich sie mir ganz normal machen. Gut, ich werde hier jetzt wieder umstellen auf... Ähm... Game Mod... Ähm... Ähm... Survival. So. Und somit wünsche ich euch noch weiterhin viel Spass. Wie geht's? Bis zum nächsten Mal. Ich brauche mich. Du. Woo. Tschüss. Ich brauche mich. Und somit. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018